Jetzt, da die Elektro-Lokomotive abgestellt wurde, bringen Sie diese Lokomotiven aus dem Rangierbahner von Oldenburg heraus und kuppeln Sie sie an den GAG 6308 für die weitere Reise. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Chains in World 3, denn ich spiele das. Wir werden beginnen und werden derweil unsere Lockerbie nicht aufrüsten. Und zwar, wenn wir das hier aktivieren, den Generalschlüssel auf 1, das 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 auf 1, ein und ein. Schauen, ob wir die Handbremse gelöst haben, das scheint der Fall zu sein, das ist sehr gut. Da kann man uns ein wenig draußen umsehen, wir können natürlich noch den Radrichtungswender belegen. Ein bisschen mit Sicherheit rückwärts, weil vorwärts, ja ihr seht's. So, das sind so unsere beiden Lokomotiven, zweimal Diesel, 363 und ja, hier ist einiges los, wie ihr seht, wird Diesel noch eine 612 vor sich hin, steht in der 185. Das gleiche steht hier in Doppeltraktion. Naja, nicht ganz und ja. Unsere Aufgabe besteht heute darin, ähm, was war, äh, an einem Ort anhalten, an einem Ort anhalten und an 37 Waggons anzukuppeln. Und das werden wir gleich in Angriff nehmen. Mit unseren beiden Diesel-Loks hier vorne, hier vor sich hin dieseln, einsam und verlassen auf dem Abstellgleis. So, lösen die Bremsen, schalten langsam auf. So, lösen die Bremsen, schalten langsam auf. Wunderschön. Wunderschön. Wollen hier auch nicht zu schnell werden, sind immerhin am Rangieren. So, und 400 Metern haben wir dann auch schon anzuhalten. So, wir haben Grün, also Genehmigung. So, und da vorne gleich ist unser Zielpunkt. So, wir sehen, dass wir da ziemlich pünktlich oder ziemlich genau halten, weil das rote Signal ist ziemlich dahinter. Ja, da will ich nicht drüber sausen. Schon mal die Leistung wegnehmen. Ja, das ist doch schön. Das ist doch mal gut gebremst, oder? Ja, da wollen wir noch ein bisschen vorwärts. Nicht zu früh anhalten, sind aber auch nicht zu schnell. Wunderschön. So, jetzt sollen wir zwei Minuten warten. Dann tun wir das. So. Die Brücke ist euch mit Sicherheit bekannt. Die Hebelbrücke von Oldenburg. Vielleicht wisst ihr auch noch, wann genau die immer hoch geht. Also, es soll immer um 40 sein. Das heißt, wir haben das leider verpasst. Und nichtsdestotrotz, ich habe ja schon bereits ein Video davon hochgeladen, wie das hier vonstatten geht mit der Brücke, die sich hebt und senkt. Schaut gerne da mal rein. Ist sehr sehenswert. Ja, also das ist wirklich ein sehr schönes Spektakel. Haben sie sehr schön animiert, muss ich ehrlich sagen. Und ja, von dort aus, oder von dort, kommen dann die Schiffe, die hier unten durch müssen. Und deswegen geht dann die Brücke samt den Gleisen gehoben. Und ja, dann ist der Zugverkehr, der Straßenverkehr komplett eingestellt. Solange der Prozess hier dauert. Also wirklich ein sehr lohnenswertes Video, das ihr euch da anschauen könnt. Gibt es wie gesagt schon zu sehen auf meinem Kanal. So. Zwei Minuten müssen jetzt auch gleich um sein. Und dass wir dann unsere Reise fortsetzen können. 363 671 Strich 2 Gewichtlock 54 Tonnen Aus dem BW Köln-Nippes So. Wir fahren in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir machen den Fahrtrichtungswinder nach vorne und lösen die Bremsen. Wir haben aber noch rot. Das heißt, wir müssen uns erstmal eine Gemini-Mingung holen. Fortfahren gemäß Signalbilder. Gut. Da vertraue ich da mal drauf. Speichern wir mal vorsichtshalber. Weil, ähm, ich weiß nicht. Ich vertraue dir jetzt einfach mal drauf. Der Fahrdienstleiter hat gesagt, wir dürfen. Gut. Warum habe ich den kleinen so nach vorwärts gemacht? So, jetzt aber. Jetzt bin ich echt gespannt. Ah, jetzt haben wir grün. Das war wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich rot angezeigt, weil ich den richtigen Schwender noch nicht nach vorne verlegt habe. Daran wird es gelegen haben. Also, ich lasse beim Rangieren grundsätzlich die Zugsicherungssysteme aus. Weil ich da keinen Sinn drin sehe. PZB und SIFA und so. Das ist durch beim Rangieren einfach keinen Sinn drin. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so. So ist doch auch mal schön zu fahren, oder? Wie seht ihr das? Kennt ihr noch von früher diese Rangierer, die auf den Lokomotiven so mitgefahren sind? Weil früher sind die Rangierlogs und so, die sind ja früher nur ein paar Meter über den, über den, über das Bahnhofsvorfeld gefahren. Wenn das ein besonders großer Bahnhof war und um die Wagen halt zusammenzustellen und so weiter anzukuppeln und so. Und die sind meistens früher so, haben sich dann hier so festgehalten an dem, an dem, an dem Gestänge hier und sind dann halt so mitgefahren. Also so ungefähr ist das jetzt auch, was ich hier mache. Also wirklich eine sehr schöne Ansicht, wie ich finde. Man sieht nur ein bisschen schlecht, aber da fährt man ja den Lokführer vorne. So, noch 700 Meter gleich. So. So, dort steht noch ein IC1 abfahrbereit im Bahnhof. Bahnsteig 6, 7 müsste das sein. Ja, 7. Wir fahren hier schön an Bahnsteig 3 vorbei. Ah, morgen beziehungsweise Mahlzeit, wenn man schon Mittag fast. Mein Güte, hier ist aber viel los. Lecker Fun. Worauf wartet ihr denn alle? Fernverkehrszug oder Regionalexpress? Toller, die Waldfee. Übrigens, da wir da gerade bei sind, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen durch die Medien, zum 1. Mai diesen Jahres soll das 49-Euro-Ticket herauskommen oder gültig sein, wie auch immer. Und, ähm, mal eine kleine Frage an euch. Kauft ihr euch das? Ähm, ist wie gesagt nur für Regionalexpress gültig. Nahverkehr und Regionalexpress und, ähm, halt Busse und so. Ähm, wird es wieder so voll wie bei dem 9-Euro-Ticket? Züge oder, äh, wird das entspannter? Was sagt ihr? Also, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr euch das 49-Euro-Ticket kaufen werdet im Monats-Abo oder, ähm, ob, ob ihr euch sagt, nee, danke, diesmal nicht und, äh, was glaubt ihr, werden die Züge diesmal genauso voll oder eher nicht? Also, ihr könnt mir da gerne eure Meinung zu sagen in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn eure Meinung da zu lesen. So, jetzt sind wir angekommen. zack, so, jetzt sollen wir wieder zwei Minuten warten. Wir können aber schon mal Zugricht, äh, den, äh, Richtungswender nach. So, weil wir mit Sicherheit gleich in die gegengesetzte Richtung weiterfahren werden. Das andere wird ja gar keinen Sinn machen. So, dort stehen noch zwei Abgestellte, das war, zwei Batende, 185, Doppeltraktion. Ich nehme mal an, auf ihren nächsten Güterzug-Einsatz. Entschuldigung, ähm, ich kann mir auch, glaube ich, schon vorstellen, welchen Güterzug-Einsatz sie übernehmen werden. Nämlich den da, der da rechts steht. Immer ganz stark an, dass sie da gleich dran ankuppeln werden. Dann ihre Arbeit beginnen werden. Wohin auch immer, wohin es diesen Zug auch ziehen wird, ihr könnt ja schätzen, ähm, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die beiden 185er hier für diesen Zug zuständig sind, der auch gut gefüllt ist, wie ihr seht. Also, äh, die haben ordentlich Gewicht und, äh, das ist schon ganz gut, dass das eine Doppeltraktion ist. Das würde mich schon schwer wundern, wenn das nicht der Fall ist. So, hier ist noch ein DB-Häuschen. Wie ihr seht, Gehör kann ich gar nicht. Wunderschön. Können wir mal langsam wieder zurückgehen. Unsere zwei Minuten müssen auch gleich um sein. Und dann geht's weiter. so, 37 Waggons ankuppeln. Das heißt, wir lösen die Bremsen und, äh, machen uns auf den Weg. Wir müssen jetzt aber erst, äh, fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. wieso, ähm, haben wir denn immer noch rot? Achso, 600. Jetzt muss ich genau drauf achten. Jetzt haben wir grün. Ach, der, jetzt, der zeigt das, der hat das noch nicht registriert, dass wir in diese Richtung fahren. Deswegen hat der rot angezeigt, den 600 Meter. Jetzt verstehe ich. Erst wo wir angefahren sind, in diese, in diese Richtung, äh, hat er das dann registriert und hat dann grün angezeigt. Jetzt, äh, jetzt verstehe ich es langsam, das System. So, 15 kmh. Ich denke, das reicht. Oder wir da gleich irgendwo. Ach, ne, wir sollen die Wagen nehmen. Das ist gar nicht für die 185er. Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich alles zurück. Boah, das war aber holler die Waldfee. Naja, es war ein bisschen unsanft, aber es hat den, es hat geklappt. So, steigen wir mal hier runter. Quatsch. Gib mir das Ganze an. Wenn das überhaupt geht. Ach, wir müssen erst mal die Kupplung, genau, sonst funktioniert es ja gar nicht. Die Kupplung senken. So, jetzt können wir ankuppeln. Zack. Dann wieder hinauf. Ach, das war's schon. Ja, das ging schnell. Dann haben wir jetzt Gold erhalten oder Bronze. Ich sehe es gar nicht. Ähm, ja, das war ein schnelles Szenario. Benötigte Zeit 16 Minuten, circa. Etwas mehr. Zwei Kilometer sind wir gefahren. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Szenario, dieses kurze, wenn nicht, macht mir aber gar nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch, äh, wir können jetzt noch Folgendes machen. Ach, wir dürfen leider nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Hilfe! Ich wollte den abristen. Ja, äh, dürfen wir auch nicht. Tja, äh, Tja, ich würde sagen, raus ist jetzt schlecht. Ich weiß ja nicht, wo der Zug hinfährt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, oder wie sehe ich das? Um Gottes Willen. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich würde sagen, da wir ja nichts mehr machen dürfen, sollen, können wir nur noch die Türen öffnen und rausspringen, weil das, äh, will ich jetzt auch nicht. Tja. Äh, äh, wohin dieser Zug jetzt fährt, keine Ahnung. Ah ja, gut, dann hat sich das dann auch schon erledigt. Ähm, wie gesagt, wenn euch dieses Szenario, beziehungsweise dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Ähm, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Restsonntag. Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf. Ähm, ja, ihr, ihr hört mich dann in einem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Würde mich freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Habt eine schöne Zeit, bis dahin. Euer Dedeni Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, Bye. 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 Bye.